Horst, schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Ich hoffe euch geht's gut. Alasche, geht's dir? Danke, gut. Und selbst? Auch gut. So, heute Gewinnspiel. Ganz zum Schluss werden zwei Verlust. Die könnt ihr heute gewinnen. Ich hatte ja so ein Auto gehabt, was ist das noch? Baby M5. Beim letzten Mal wollten wir ja schauen, machen wir das M-Paket drauf, dieses Zuby M-Paket. Und dann haben wir das eingebaut, war ja nicht so berauschend. Kamen so viele Kommentare. Ohne M-Paket kein Fünfer. Facelift. Original. Es gab alles. Aber, wie habe ich mich entschieden? Oder besser gesagt, wie hat der Lackierer entschieden? Weil der Lackierer hat mich falsch verstanden. Weißt du, was er verstanden hat? Was denn? Dass ich doch ein M-Paket haben möchte. Echt jetzt? Ja. Er hat diesen M-Paket lackiert und eingebaut. Nein. Das war vor, genau, vor zwei Monaten habe ich angerufen und gesagt, Junge, das Auto ist fertig, kannst du abholen, M-Paket. Ist so, wie M-Paket? Ist so, ich wollte kein M-Paket. Also nicht dieses Zubehörteil. Was haben die dann gemacht? Da haben sie gesagt, alles klar. Besorgt mir neue Stuhlstangen. Und dann habe ich natürlich überlegt, Leute, was machst du? Und dann habe ich die ganze Zeit gesucht. Original, Facelift oder Original M-Paket. Ich habe überlegt, überlegt, überlegt. Ja, was ist dabei rausgekommen? Einer, ich guck. Wir haben es original gelassen. Juhu. Genauso nicht anders. Für mich ein E39 540, der kein M-Paket hat, darf auch nicht Zubehör M-Paket bekommen. Es ist Geschmackssache natürlich, aber mich hat das gestört. Vor zehn Jahren hätte ich doch gesagt, macht ein M-Paket drauf, egal Zubehör oder nicht, egal Spaltmasse oder nicht. Definitiv. Also ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde das viel, viel schöner. Der wurde komplett lackiert, außer die Stuhlstange vorne und die Stuhlstange hinten. Weil er das M-Paket lackiert hat. Dann habe ich natürlich gesagt, nein, M-Paket bitte weg. Mach die Originalen drauf. Und dann hat er natürlich gewartet, bringst du mir jetzt Stuhlstangen oder nicht. Ich musste die ganze Zeit überlegen. Ich musste mich die ganze Zeit entscheiden. Und dann hatte ich ja selber noch hier Projekte gehabt. Dann war ich, ach, da war ich immer durcheinander. Und dann habe ich natürlich ein paar Autos angeschaut. Dann habe ich gedacht, ey, Leute, viele lassen den Wieso nicht Original, weißt du? Und deswegen habe ich mich so entschieden. Und dann habe ich gesagt, pack bitte erstmal die beiden Originalen Stuhlstangen drauf. Und später werde ich neue besorgen. Genau die gleichen. Originale. Originale. Kein M-Paket. Ich werde den auch nicht M-Paket umbauen. Nein. Guckt doch mal, wie geil er aussieht. Der ist jetzt dreckig, ne? Ja. Also, er hat es ja abgeholt habe, Leute. Der war so dreckig. Ist ja klar, der stand ja draußen. Hier muss ich ein bisschen börteln, Eidosch. Der ist ein bisschen zu nah. Der schleift vorne. Hier muss ich selber noch einstellen. Oh ja, da sieht das auch ein bisschen eng aus. Das habe ich auch verbreitert. Das mache ich aber selber. Da jage ich selber Schrauben drauf. Hier sieht das so sehr schön aus. Da drüben nicht. Sonst, die beiden Türen wurden lackiert. Drüben die beiden Türen wurden lackiert. Schweller unten wurde noch nicht lackiert. Das wäre sehr schön aus. Hier, da wo wir das ganze Blech eingeschweißt haben, sieht auch sehr schön aus. Ja, sieht richtig nice aus. Unglaublich den zu fahren. Ich habe den so vermisst. Ich fahre den seit zwei, drei Tagen wieder. Es macht so viel Spaß. Also wer mich auf Insta folgt, hat das ja schon gesehen, dass der da ist. Und ja, also ich wasche den ganze Zeit mit Hand. Und ich werde den auch nur mit Hand waschen, Eidosch. So nebenbei. Falls du irgendwann mal selig fahren solltest, bitte nicht in die Waschstraße. Denkt nicht mal dran. Aber so Waschanlage, wo man selber waschen kann, kann man machen. Ja. Das Problem ist, hier war Wasser, als ich es abgeholt habe. Genau. Da haben wir ein bisschen Rostansatz. Zum Glück nur Ansatz, hoffentlich. Das muss man ein bisschen wahrbeuten. Ja, es ist ein altes Auto. Wir hatten schon mal Probleme mit der Elektrik. Ich weiß ja noch. Tacho war monopoliert. Und dann hatten wir noch Probleme mit Airbag und so. Das machen wir ja alles. Stimmt, das war ja alles bei dem. Ja, und er hatte ja noch Probleme irgendwie mit Lichtsteuerung. Sobald wir Zündung angelassen haben, Licht angemacht haben, Zündung ausgemacht haben, war die Zündung noch an. Und jetzt ist das Ganze noch verstärkt. Ich habe den gefahren. Und der macht hier irgendwelche Geräusche. Hier. Also irgendwie klack, klack, klack. Ich kann dir nicht sagen, ob es vom Sitz kommt, von der Tür kommt. Das kann ich hier gar nicht sagen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Batterie ist sehr schnell, sehr stark entladen. Außerdem, warum ist der hier nass? Ja, der ist nass. Auch sehr schön. Sehr schnelle Batterie entladen. Kann jetzt wegen diesem Strom Problem sein, oder? Ja, also wir haben da sehr viel zu tun. Ich finde es sehr gut. Und wir haben natürlich Motorprobleme, klar. Der ist am Knackern. Ja, aber das hatten wir ja schon vorher gehabt. Ja, das stimmt. Wir hatten ja so ein paar Wehwehchen bei denen. Das war das geilste. Der hat die hier eingebaut gehabt, ne? Als ich das gesehen habe, ich habe das rausgerissen. Ich dachte, wie kann man sowas in einem E39 540 einbauen, habe ich mir gedacht. Aber ich habe gesagt, Alter, habt ihr überhaupt keinen Geschmack hier? Habt ihr das Ding rausgerissen? Und die Original wieder eingebaut, ne? Schöne Näschen jetzt wieder, ja. Der Motor wird natürlich komplett gemacht. Hier schöne Grüße am Fahrrad. Das Gleiche, was wir mit dem Golf machen, alles zerlegen und neu aufbauen, werden wir bei dem auch machen. Aber das machen wir mit Fahrrad zusammen. Weil Fahrrad macht das, glaube ich, jeden Tag, wie Mechaniker einen Ölwechsel machen. Also ehrlich, Fahrrad ist da sowieso King. Das wird der sowieso sehen. Und das wird auf jeden Fall Spaß machen, das Ding komplett auseinander zu bauen und wieder zusammen zu bauen, damit der auch richtig schön läuft. Das, da freue ich mich schon. Ihr seht aber schon, wo ich hin will, ne? Ich möchte, dass dieses Auto einfach nur richtig geil zusammengebaut wird und original aussieht. Das Einste, was hier nicht original sein wird, sind einmal Fahrwerk und die Felge. Weil der wird ungefähr so aussehen, es sei denn, ich werde irgendwann richtig geile, originale Oldschool-Felgen finden. Die sind doch wunderschön. Ja, die sind ja nicht original. Echt? Das sind ja Nachbauten. Ja. Und wenn ich irgendwann originale BWS-Felgen finden sollte. Aber die sind doch auch schön. Ja, aber wenn ich irgendwann welche finden sollte, dann werde ich das machen. Auch die Scheinwerfer Allgotsch. Wir werden originale einbauen. Das ist ja von Facelift. Wir werden die originalen für den einbauen. Okay. Das heißt vor Facelift. Wir werden das komplett machen. Vielleicht lässt es hier auch drin. Ich weiß es nicht. Weil das gefällt mir schon. Ich versuche den Wagen auf jeden Fall original zu lassen. Der Wagen war komplett nass. Hier, die Dichtung war kaputt. Der ist hier reingekommen. Hier drüben war alles nass. Also wir haben sehr viele Probleme mit dem. Tankdeckel habe ich verloren. Nein. Ja, den habe ich selber verloren. Echt jetzt? Das war so ein schöner Tankdeckel. Die ganzen Leisten werden erneuert. Die Scheiben werden wir sowieso erneuern. Und ich denke da Richtung Doppelverglasung. Baujahr 2000 und wir haben gute sechs Jahre, den als Oldtimer fertig zu machen. Dass ich den echt so um die sechs Jahre, ich weiß jetzt nicht, ob ich sechs Jahre noch YouTube mache, ob ihr das auch erleben wird. Ist er noch kein Oldie? Nein, der ist ja, Baujahr 2000. Wie lange ist denn die? 30 Jahre. Weil 2030 werden die halt Oldtimer. Aber das ist echt schön geworden. Die haben auch richtig schöne, super Arbeit gemacht. Muss ich sagen. Top. Ey, guck mal. Eilos, das Ding war ganz schwarz, ne? Wo wir das eingebaut haben. Guck mal, es ist wieder bläulich geworden. Ja, tatsächlich. Guck mal, die Ränder sind dunkel, merkt man. Und in der Mitte ist wieder alles anders. Ja, aber egal, das ist aber original, ne? So ist das halt. Da wird ja noch viel sein, ne? Frontscheibe werden wir machen. Ach, das ist so viel. Rückleuchten werden wir auf jeden Fall Originale nehmen. Und auspufftechnisch, Leute, wird der auch so bleiben, ne? Aldous, hinten. Ich habe mal Sportauspuff da. Ich habe eine M-Auspuffanlage da. Von der linken Seite. Das Barrieren. Das hätte ich nur gemacht, wenn wir die M-Stuhlstange eingebaut hätten. Dann hätte ich auch die Originale M-Auspuffanlage eingebaut. Ja. Müsste es halt ein bisschen zurecht basteln, aber halt die Originale. Ja. Machen wir auch nicht. Das heißt, der bleibt so, undercover. Hat einen schönen V8-Klang. Das, was hammergeil ist, ne? Willst du Schnutzen? Ja, Allergie, wie immer, ne? Ich habe ja Bluetooth hier eingebaut. Über das Originalradio einfach meine Musik abspielen, was voll geil ist beim E39. Genau, also soundtechnisch ist sehr, sehr schlecht. Also ich glaube, im Inneren müssen wir da sowieso... Ja, also das müssen wir... Da werde ich irgendwann mal mit einem Profi zusammenarbeiten müssen, dass er mir hier eine geile Soundanlage einbauten, wie wir das früher gemacht haben. Mit allem. Mit allem drum dran, aber richtig geil, ne? Wie der kommt sofort, ne? Er wackelt. Natürlich. Ich halte ja gerade an der Tür fest, merke ich sofort. Ja. Da steht 13 Liter verbraucht. Das ist mir sowas von egal. 13 Liter, das sei denn gegönnt. Hella los. Jetzt wisst ihr, warum er so lange weg war. M-Packet. Boah, das sah so eklig aus. Hör auf. Hör auf. Ich habe da auch kein Video darüber gemacht. Als Dankeschön. Ich bin happy. Mein Fünfer ist da und ich will euch happy machen, hier. Ihr könnt einen Jumper gewinnen. Winterjahreszeit ist da. Kann ja sein, dass der Motor nicht anspringt. Bei meinem. Da ist er nicht angesprungen, weil wir einen Mutterschatten hatten. Also nicht wegen der Batterie. Aber falls ihr eine leere Batterie mal irgendwann haben solltet. Und das könnt ihr gewinnen. Dann fange ich das mal aus. Unser Jumper. Nicht, dass der Marketing-Typ uns verarschen möchte und sagt ihr, Popteeer. Popteeer. So, ihr habt nur einen Stecker drauf. Dann habt ihr zweimal USB. Einmal USB-C. Und einmal diesen Stecker, damit ihr den Anzünder habt. Einmal für schnelleres Laden. Dann habt ihr diesen Anschluss. Damit ihr das hier reinmacht. Dann seht ihr, wie das aussieht. Und dann, wenn ihr später hier hin drückt. Ist der auch Spannung. Geht auch selber nach 10, 15 Sekunden selber aus. Dann haben wir Licht. SOS und so haben wir. Genau. Und dann beim langen drücken geht es wieder aus. Sonst haben wir nichts. Also wir haben 3.000 Ampere und 23.800 Mini Ampere. Also das ist schon viel. Für den Kleinen jetzt. Bei meiner hat 3.000 Ampere. Also 26.000 Mini Ampere. Und das ist ein Riesenteil. Jetzt bin ich mal gespannt. So, ihr kennt ja unseren ML. Unser 5,5 Liter. Also der Arme, ne. Die Batterie ist immer leer. Und der muss immer hinhalten. Ja, ne. So, das Ding ist komplett leer. Hat auch eine Riesenbatterie. Also wir haben hier eine 95, also sprich eine 100 Ampere Batterie. Jetzt, guck mal, Eidosch. Jetzt hat er den schon. So, jetzt ist er eingeschaltet. Jetzt mache ich den direkt von hier an. Machst du da durch? Ja, wenn er überhaupt angeht. Jetzt, wir haben noch 92%. Jetzt, wir haben noch 92%. Das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen, Leute. Zwei Stück. Und wie machen die Leute mit? Einfach kommentieren. Hashtag poppt ihr vielleicht? Gar nichts. Einfach kommentieren. Jedes Kommentar zählt. Ist egal. Ihr braucht kein Hashtag machen. Gar nichts. Einfach die Leute, die unter dem Video kommentieren, machen mit. Ganz einfach. Okay? Das ist eine Beleidigung. Dann nehme ich den natürlich nicht. Was für eine Beleidigung? Ja, das kann ja sein. Das habe ich beleidigt. Wer? Ja, weiß ich ja nicht. Das ist doch zum Spaß. Ach so. Du meinst mit dem Kommentar. Mit dem Kommentar. Mit dem Kommentar. Also ist okay, das Ding. Ich denke mal, ihr ist immer froh, wenn man sowas im Auto abnimmt. Besonders im Winter. Leute, heutzutage ist Pflicht sowas. Sowas ist Pflicht. Ob ihr jetzt ein Profi-Teil holt oder sowas holt. Aber das ist ja. 5,5 Liter. 95 Ampere. Komplett entladen. Mit dem Baby-N5 wisst ihr Bescheid, was wir damit vorhaben. Dann Elektrikprobleme, Airbag. Ach, da sind so viele Sachen, was wir da machen müssen. Ja. Aber ich werde den auf jeden Fall so lassen. Seitenspiegeln machen. Und im Innenraum müssen wir noch ein paar Sachen machen. Oh ja. Ein paar Sachen sind ja kaputt. Also einfach nach der Zeit das Ganze verschönern. Da kommen noch sehr interessante Videos auf jeden Fall. Ja. Der wird eine Weile brauchen. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nein, ich habe langsam Hunger. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Viel Glück beim Gewinnspiel. Und wieso ihr uns beim nächsten Mal erkraftet. Bis dann und rein. Ciao. Gut. Tschüss. Tschüss.